Da sieht man jetzt im Hintergrund, das rötliche da ist der Mond, fixier es mal richtig, da ist der Mond rötlich, da ist der Mond dann schon rötlich sichtbar. Der Akku geht jetzt auch leer, aber das ist eher weniger wichtig für die Aufnahme, da ist der, der sieht ganz schön rötlich aus, jetzt habe ich die noch 60 fache Vergrößerung, ich hoffe mal, dass es euch gefällt, wie der so rötlich knapp über dem Boden erscheint. Dann liken, teilen, abonnieren.